Leni Klum genießt Partynacht mit Freundin in New York Leni Klum, 18, hat Spaß. Die Tochter von Laufstegkönigin Heidi Klum, 49, hat sich seit Anfang 2021 einen Namen in der Modebranche gemacht. Sie zierte unter anderem das Cover der Vogel, des Hungermagazines und schwebte über die Berlin Fashion Week. Doch auch abseits des Rampenlichts scheint sie glücklich und zufrieden zu sein. Abgesehen vom tollen Verhältnis zu ihrer Mutter ist sie seit drei Jahren mit dem Eishockey-Spieler Aris Rachewski zusammen. Jetzt beweist Leni, auch Freundinnen kommen bei ihr nicht zu kurz. Die 18-Jährige hat jetzt gemeinsam mit Influencer-Freundin Alexandra Deme die Straßen von Long Island in New York unsicher gemacht. Zunächst teilte die Brünette einen Schnappschuss auf ihrem Instagram-Account. Auf dem werfen sich die Frauen verträumte Blicke und einen Kussmund zu. Auch Alexandra teilte auf ihrem Kanal gemeinsame Fotos mit der Deutsch-Amerikanerin. Auf denen hocken beide auf einem Bürgersteig und strecken sich gegenseitig die Zunge raus. Auf einem anderen bekommt Leni auch noch ein Bussi auf die Wange. Beide Damen gingen im Partner-Look ganz in schwarz aus. Erst im Herbst war Leni nach New York gezogen, um dort aufs College zu gehen. Gegenüber Entertainment Tonight hatte Mutter Heidi ausgeplaudert, im Moment steht das College ganz oben auf ihrer Liste. Es geht nicht ums Modeln und sie freut sich sehr auf das nächste Kapitel in ihrem Leben. Die TV-Moderatorin sei zwar traurig über Leni's Auszug, immerhin habe sie aber ein ruhiges Gefühl. Denn in New York kenne sich ihre Tochter bereits gut aus.